Also da haben wir auch noch ein Feature drinnen, dass er, wenn er über größere Zeit häufiger gegen die Wand fährt, dass er dann immer schneller wird. Weil wir momentan noch nicht auf der vollen Motorrechnung arbeiten und da sozusagen noch Platz nach oben haben. Das beginnt aber erst ab etwa 200 Kaddesrufen und ist dann mit einer schönen Exponentialstation angeglichen, dass das dann immer schneller und schneller wird. Und er gibt dann die Messdaten dann auch gleich mal auf. Wir sind momentan bei 160. Das dauert nicht mehr lange. Kommt es länger so so? Ja, nein. Wir sind immer noch. Genau. Es ist so schön. Das ist ein Tier. Wenn wir jetzt ein bisschen ärgern, dann bekommen wir vielleicht auch noch mit, dass er... Also jetzt sollte er eine Stufe hochschalten, aber das ist noch nicht viel. Das ist so, das ist schon wieder ein paar Punkte.